und hi da bin ich wieder ich bin schon wieder critten und willkommen zu einer wieder einer neuen folge von mein let's play hierfür es gab mir wieder einige änderungen ich habe aufs Leben wieder bisschen was getan sorry jedenfalls ich habe jetzt inzwischen so vergiss groß schwert komplett geschmolzen dinger hier und habe auch hier schon die geschmolzen rüstung das wäre dann hier die letzte rüstung für das prima hartmode und naja jedenfalls habe ich dann auch den neuesten mount flamingo das verdammt nice finde ich halt eben weil es so ein bisschen auch über wasser schwebt ich euch gleich zeigen wenn ich sowas kenne jedenfalls bisschen bei den pylons ist auch was passiert ja es ist hier dann noch was hier der typ ist noch da hattige jedenfalls verkauft sie auch das mit dem pogostick allerdings bin ich nur für bestimmte andere sachen jedenfalls haben wir da noch in die im dschungel dort hinten den die beiden dort hinten jedenfalls plan heute ist gleich nicht drauf zu gehen jedenfalls plan heute ist ich guck mal ob wir dieses mal hier wirklich die bienkönigin fängt wie einfach diese beiden hier dämonen altare direkt so gegen wäschchen so wo wo hier wo hier wo hier wo hier dass ich jetzt die mit hinkriege. Wir warten erst, bis das ganze Honig raus ist. Gut. Oh. Ich glaube ich verlor eine bessere Waffe dafür. Granaten wären gut gewesen. Und wir gucken erst mal wie der Kampf endet. Wir sind schon tanky, also wie kriegen sie das Fleisch hin? Was kommen die Stacheln? Wie geht es? hier ist gerade noch gut sonst passiert noch irgendetwas unvorhersehbares und Willy ist wieder weg sch 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 Oh Yeah Nice Die Mast bekommen, die Binaten Und noch eine knirr Biene Und unwirkt Oh, nice Wunderschön Boing Ich will kurz was nachsehen Wie die sind unwirklich Hab kurz im Viki nachgeguckt Unwirklich ist der beste Modifier Weg mit dir Yeah Falls wir noch Zeit haben, könnten wir ja noch gegen Skeletron Dann hätten wir auch schon das mit dem Dungeon Gartenheft ist gut Okay Oh Mann, da wird's vernichtet Oh Mann, Chippys Couch Kann platziert werden Hello, Theroyans Enthusiasts Great for chillin' like a streamer Nice Erster Versuch Hey, wir könnten endlich in den Dungeon Äh Oh stimmt Das ist nice Wie geht es so satisfying? Wir müssen so einen eigenen Tunnel quasi durch den Dungeon Board Oh Mann, nehmen wir noch viel Damage Nice, Kobalt Schild Und Schattenschlüssel Und Schattenschlüssel Erster Kiste That is wonderful Oh mein Oh Wunderschön Blau leuchtendes Moos Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh, das sieht so schön aus Ich mag diese kleinen Geheimgänge Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh Gott, ich muss mal später das da abholen Oh, ja, 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 wunderschön. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh. Oh, ja, ja. Oh, man. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja.